Moin und willkommen zu einem neuen Coocheck hier auf dem Kanal Schwungvoll, heute mit dem BYD Dolphin in der Designausstattung zweifarbig, kostet so 34.990 Euro, 32.990 ist der Einstiegspreis, ja und wenn euch Spalteübergänge, Qualitätsanmutung, Lackdicke, Lackqualität, aber auch andere Dinge interessieren zu diesem Fahrzeug, dann bleibt dran, nach dem Intro geht es sofort los. So, für alle die, die das Thema Coocheck noch nicht kennen, ich bin 13 Jahre im Automobilbau tätig gewesen, direkt am Fahrzeug, irgendwo bin ich immer noch, aber ist egal, und habe mir Autos noch und nöcher angeguckt, in den letzten vier Jahren sogar als Qualitätsingenieur und demzufolge ist das einfach das, was ich immer mal gemacht habe und was ich, glaube ich, ganz gut kann. Ja, ich gucke tatsächlich so ein bisschen aus Kundensicht, das heißt, ich gehe jetzt nicht ins Bit, ich baue hier keine Verkleidung ab und so weiter, sondern ich gucke tatsächlich das, was jeder finden könnte, der ein bisschen kritischer ist und zeige es euch. Ja, ich habe hier auch ein Lackschichtdicken-Messgerät, wie ihr hier seht, das habe ich vorab schon mal gemacht. Und wir haben beim BYD wahrscheinlich auch aufgrund der Zwei-Farben-Lackierung Lackdicken zwischen 110 und 180 Mikrometer, tatsächlich hier im Bereich der grau appellierten Farbe etwas dünner und hier an den Seiten, wo wir dann ins Blaue gehen, ist der Lack ein bisschen dicker. Nein, Stoßfänger kann man natürlich nicht messen, weil Plaste Elaste. Gut, aber was ist mir auch gefallen und da gehen wir jetzt als Eingemachte und gucken uns das an. Ja, wer schon mal ein Q-Check-Video gesehen hat, der weiß es genau, ich fange eigentlich im vorderen Bereich immer an und gehe dann im Uhrzeigersinn um das Fahrzeug rum. Normalerweise ist es immer so, dass hier dieser Spaltverlauf hier recht heilig ist, ist an diesem Fall auch, aber alles in einem Bereich, wo ich sage, alles gut. Das heißt, der Kunststoffstoßfänger liegt hier nicht am Blechkutflügel an, weil das könnte dann hier, wenn es irgendwo dann zu Berührung kommt, dauerhaft für Farbabschürfungen kommen. Sprich, da wird der Schutzlack dann auch vom Blech hier entfernt und dann könnte es unschönen Kantenrost geben. Ist hier nicht der Fall. Wir haben einen keiligen Verlauf von 0,1 bis 0,8, also unterhalb von einem Millimeter. Somit gut, nicht zu beanstanden. Ich sage immer, alles unter einem Millimeter ist völlig in Ordnung, auch wenn es keilig verläuft und dementsprechend kein Thema. Ja, dann gucke ich mir natürlich auch immer im Frontbereich so ein bisschen die Spalteübergänge an. Da macht sich das BYD hier maximal einfach. Sie haben hier eine aufgesetzte Haube, das sorgt dafür, dass man hier zwar einen Spaltverlauf hat, der aber einfach so hier rumgezogen wird über die Scheinwerfer. Und das heißt, wir haben hier vorne überhaupt keine sichtbaren Spaltverläufe und so weiter. Hier läuft es sowieso über, von der Seitenansicht hier, werden wir nachher noch sehen, ist alles schick. Schwer zu messen, aber trotzdem schick und insofern auch überhaupt nicht zu beanstanden. Und auch von hier auf der Seite, auf der ich jetzt hier bin, rechts, Übergang von Haube zur A-Säulenverkleidung hier oben. Nichts verdreht, sauberer Übergang, schöne Spalte, alles schick. Ladeklappe, hier kommen wir jetzt zu. Ja, mit 4,29 Meter Außenlänge räubert der BYD Dolphin ganz ungeniert im Bereich eines ID.3s. Auch von einer Höhe mit 1,57 Meter ist er da nahezu identisch. Und deswegen werden wir den dann nachher auch bei Thema Haptik und Materialanmutung im Innenraum zu Rate ziehen, sprich als Vergleich bewerten. Versenkte Türgriffe, ähnlich wie früher Audi das gemacht hat. Also hier zum Anheben mögen tatsächlich Feuerwehrleute gar nicht so gerne, denn wenn es mal zum Crash kommt, hier an diesen Griffen so richtig zu zerren, um die Tür, wenn sie verklemmt ist, aufzukriegen, ist deutlich schwerer, als wenn man wirklich diese Bügelgriffe hat. Bügelgriffe aber stehen außen vor, sind negativ für die Aerodynamik. Deswegen gibt es inzwischen viele Hersteller, die ja versenkte Bügelgriffe haben. Tesla hat es vorgemacht, andere machen es inzwischen nach. Ist dann die Mischung und das Beste aus zwei Welten. Wie gesagt, so hat sich BYD entschieden. Was ich euch aber zeigen möchte, das ist tatsächlich eben gerade das Thema Ladeklappe. Die ist sauber eingefasst. Alles gut, passt soweit. Aber ich gucke jetzt nicht nur auf Spalteübergänge, sondern auch auf andere Dinge. So, da haben wir die Ladeklappe. Alles gut. Zwei Gummibrompen ist völlig in Ordnung, aber jetzt halt mal eben. Das ist nicht schön. Also, ja, es kann labil sein, ist überhaupt nicht das Problem, aber dieses Knacken und Klappern finde ich nicht schön. Ansonsten, das was bei Autos immer schnell zu sehen ist, sind hier die senkrechten Spaltverläufe, die Übergänge von Tür zur hinteren Tür, zur hinteren Seitenwand. Auch in diesem Fall eigentlich alles nicht so schlimm. Die Spalte sind vergleichsweise breit, finde ich. Also, wir haben hier Spalte, habe ich mir aufgeschrieben, zwischen 4,5 Millimeter und 3,5. Alles innerhalb von 1 Millimeter Toleranz. Das heißt, tatsächlich hier oben meistens um die 4,5 und dann zu 1,5. Was ich mir jetzt tatsächlich übergeschrieben habe, ist das Thema schuppiger Aufbau. Das heißt, ja, das habe ich euch auch schon mal erklärt, der vorderen Kohlflügel sollte etwas über der Tür stehen. Die Tür hier sollte etwas über der Tür stehen und die Tür etwas über den hinteren Seitenteil. Warum macht man das so? Das ist ganz einfach. Fahrt, Wind, Regenwasser, Wetter, keine Ahnung, sorgt sonst dafür, dass, wenn die Kante vorsteht, hier an dieser Stelle sich einfach Schmutz auf dem Lack bildet. Einfach Spritzwasser und so weiter. Das würde dann hier an dieser Kante, das könnt ihr bei anderen Autos einfach mal beobachten, würde es zu unschönen Mustern führen und so weiter. Das will ein Hersteller nicht und deswegen machen sie es leicht schuppig. Wenn ich jetzt hier gucke, ist es tatsächlich auf Null mit teilweise ein bisschen Überstand hier. Alles noch unterhalb von einem Millimeter. Wir sprechen hier von, ja, das ist wenig, 0,2, 0,1. Wie gesagt, nicht würdig, dass man es aufschreibt, aber es ist vorhanden. Gut, aber wir können natürlich auch Dinge finden. Und da kommen wir jetzt mal eben zu, wir gehen hinten ans Auto. So, und dann sind wir schon am Heck und hier haben wir ein Thema. Leuchtenband, äußere Rückleuchte, links und rechts und links, so rum. Königsfuge, kennt ihr inzwischen. Das ist die Fuge, die ihr seht, wenn ihr hinter dem Auto an der Ampel steht oder so weiter, würde das zudem zum Beispiel ungleich sein, würde man sofort erkennen. Ist unschön, ist hier aber alles gut gleichmäßig. Was wir aber hier tatsächlich haben, ich habe erst gedacht, okay, der Heckdecke steht irgendwie schlecht drin. Weil ich könnte jetzt sagen, okay, lege hier meine Karte an, habe hier tatsächlich einen deutlichen Unterstand des Heckdeckels zum Seitenteil. Ob das so gehört, weiß ich nicht, weil ich nicht die Daten des Fagens habe, wie er aufgebaut werden soll. Was ich aber habe, ist ein gesundes Auge. Und ich kann meine Karte nehmen und könnte die zum Beispiel hier anlegen. Und merke ich, dass das Leuchtenband zum äußeren Rückleuchte rechts auf Null ist. Das ist ein schöner Übergang hier, wie gesagt, gar kein Thema. Wenn ich jetzt aber auf die linke Seite gehe hier, habe ich tatsächlich, ihr nennt es, wie ihr wollt, entweder einen Unterstand des Leuchtenbandes oder einen Überstand der Heckleuchte. Auf jeden Fall, wenn ich den hier ran halte, sind das deutlich über zwei Millimeter, die ich hier gemessen habe. Und damit außerhalb meiner selbst mir festgelegten Toleranz. Und damit ein FK3-Fehler. Wie gesagt, zu der Summierung aller Fehler am Ende kommen wir. Das ist aber definitiv so. So, was wir dann noch haben. Und dazu nehme ich euch mal wieder eben nah ans Auto ran, weil das muss man wieder hören. So, hören, nicht sehen. Wir haben hier eine Plastikverschalung im hinteren Bereich der Zählsäule, die hier appelliert ist. Im Übergang mit der Zierleiste. Und jetzt, hört mal. Also, seht ihr auch ein bisschen im Video, in der Bewegung. Hier ist gut. Hier ist gut. Und dann hier. Hier, in diesem Bereich, ist es locker. Mal gucken, wie ich es zeigen kann hier. Also, so, in diesem Bereich ist es locker. Nicht gut. Das heißt, hier hätte man noch einen Punkt setzen können, um das ein bisschen besser zu befestigen. Ist tatsächlich auf der anderen Seite ganz genauso. Trotzdem nicht schön. Deswegen habe ich es aufgeschrieben, weil locker ist nie gut. So, und weil wir natürlich auch auf Lackthemen gucken, nicht zuletzt, und die Klappen noch geschlossen sind, nachher haben wir ja einmal alle Türen auf und Klappen auf, haben wir hier oben im Bereich des Dachabschlusses im Übergang zum Dachspoiler, der übrigens natürlich aus Plastik ist. Haben wir hier wirklich eine ganz unschöne Lackstelle, ist auf der linken Seite deutlich besser ausgeführt, auf der rechten Seite nicht schön. Und wenn ich jetzt hinter dem Auto stehe und so drauf gucke, dann sehe ich es tatsächlich auch. Also, ist für mich auch so ein Thema nicht schön, wie gesagt. Ansonsten, Einpassung des Glasdaches ist recht sauber, steht mittig etwas hoch. Wenn man so ein bisschen hinter dem Spoiler guckt, ist es aber, ja, er fällt rechts etwas rein, links nicht. In der Mitte kommt er ein bisschen hoch, ist etwas schräg eingepasst, aber unterhalb der Toleranz, die ich mir festgelegt habe, wie gesagt, hier einfach nur der Lackpickel oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich habe es euch gerade eingeblendet. So, und damit kommen wir schon auf die andere Seite des Fahrzeuges. Und hier natürlich auch die Spaltverläufe hier, hier und natürlich auch hier, sind tatsächlich sehr gleichmäßig. Was wir aber tatsächlich auch hier wieder haben und das deutlicher als auf der anderen Seite ist, dass dieser schuppige Aufbau, gerade hier im hinteren Bereich der Tür, der steht deutlich unter 0,6 mm. Das ist dann schon wieder in dem Bereich, wo ich sage, das ist dann deutlich zu viel. Also sind im oberen Bereich bei circa 1 mm. Hier sind wir bei 0,6 mm. Und tatsächlich stehen hier positiv, also so wie es sein sollte, stehen hier unter. Das heißt, die ganze Tür, als wenn sie so nach innen reingekippt ist. Also das habe ich aufgeschrieben, weil irgendwo ist dann hier etwas nicht ganz richtig aufgebaut. Hier guckt er sauber drüber. Hier geht er auf die Kante hinten vom Seitenteil ran. Ja, und wenn wir hier schon am Fahrzeug sind, das, was ich auf der anderen Seite nicht gefunden habe, ist dann hier der Fall. Übergang von der Motorhaube in die A-Säule hier. Hier ist entweder die A-Säule etwas verdreht oder aber es ist die Motorhaube selbst. Wie gesagt, das kann ich euch so nicht sagen, ohne dass ich das Ding in den Lasertunnel gestellt habe oder so. Aber irgendwas ist da. So, das war es jetzt einmal außen drumherum. So, dass man es gesehen hat. Jetzt mache ich mal eben die Klappen auf. Wir brauchen unter die Motorhaube nichts. Motorhaube ist tatsächlich eine Motorhaube oder unter das Elektromotor. Müssen wir nicht gucken. Ist auch kein Frunk vorhanden oder so für die Fans von einem Frunk. Der BYD-Dolphin hat keinen Frunk. Aber viel Platz, dass man sich einen nachrüsten kann. Grüße gehen nach Österreich. So, was wir aber jetzt hier haben, ist, dass wir in sämtlichen Türen überall kleinere Lackpickel haben. Diese Blasen, die habe ich euch auch immer mal wieder gezeigt. In Summe so viele. Ich zeige es euch mal eben in den Bildern, dass ich am Ende gesagt habe, okay, die Summe allein macht es dann, dass ich dafür nochmal einen FK3 separat gebe. Einfach nicht, weil es unsauber ist, sondern weil es über die Häufung der einzelnen Lackpunkte dann doch ein paar viele sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, sonst, was habe ich noch? Ja, wir gehen mal an die Tür hinten rechts. Da ist mir was aufgefallen. Und auch bei der Tür links. Ja, gucken wir mal. Ja, wie viele Fahrzeuge aus dem günstigen Preissegment setzt auch BYD bei den Abdichtungen hier eben nicht auf irgendwie Kunststoff oder irgendwas, was glänzt. Schwarz glänzend am besten noch. Klar, wir Lack, wir lieben es alle. Sondern auf EPDM. Das ist eine Gummimischung, die dann hier reingelegt wird und das abdächten soll gegen Windgeräusche zum Beispiel, auch Dichtigkeit und so weiter. Hat den Nachteil, das Zeug ist manchmal sehr widerstandsspenstig. Widerspenstig. Widerstandsspenstig. Und wenn es nicht sauber anliegt, dann kann es so eine Tasche bilden, wie es hier der Fall ist. Das zeige ich euch jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Und das sieht unschön aus. Wie gesagt, also diese Taschenbildung habe ich aufgeschrieben. Da es sogar auf der Fahrerseite ist, habe ich gesagt, das kann ein Kunde schon entdecken. Ich habe jetzt noch einen FK3 gemacht. Man kann darüber streiten, ob es nicht vielleicht so ein FK2 ist. Wie gesagt, ich kann jetzt auch darauf rumdrücken. Die Tasche geht immer auf. Wie gesagt, ich habe da jetzt FK3 von gemacht. Will da nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber schön ist anders. Ein weiterer Trick, den B-BoyD hier macht und den zum Beispiel auch Hyundai ganz gerne macht, ist, das Greenhouse, also irgendwie oberhalb der Fensterlinie, so ein bisschen abzusetzen vom restlichen Fahrzeug. Hier in schwarz, warum auch nicht. Und es sich hier einfach macht, indem es da nicht lackiert, sondern foliert. Das heißt, hier dieses Schwarze, was ihr hier seht, ist eine Folie. Da seht ihr natürlich auch die Folienübergänge, wo zwei Folien übereinander geklebt wurden. Es ist über den Rand umgeklappt. Eigentlich so kann man so machen. Ist bei günstigen Autos einfach so drin. Was nicht schön ist, ist, wenn dann hier oben so eine Kante ist, wo die Folie nicht sauber angedrückt wurde und es dementsprechend optisch gesehen, wenn man aussteigt, tatsächlich hier so ein bisschen die Folie abgeht, Folie ablöst und geht besser. Ja, Vorteil Elektro, man hat hier richtig viel Platz im Innenraum. Aber das wollen wir heute gar nicht betrachten, sondern wir gucken uns die Qualität an. Und hier ist mir eine Sache aufgefallen. Unten an der Sitzverkleidung des Fahrersitzes wurde nicht sauber gearbeitet. Sprich, die Abdeckung unten im unteren Bereich des Sitzes ist nicht über die Sitzverkleidung drüber geführt worden. Man guckt hier auf eine unschöne Kante des Sitzbezuges. Auf der anderen Seite ist es genau anders ausgeführt, sodass es schön ist. Auch das hier natürlich dann ein FK3-Fehler. Das sind dann eigentlich auch die ganzen Fehler. Jetzt gucken wir uns nochmal das ganze Auto in Summe vom Innenraum her an. Ich gehe jetzt nicht auf Funktionen ein oder so weiter, sondern will euch einfach nur zeigen, Qualität, Anmutung und so weiter. Was macht BYU-D anders? Und dann machen wir den ultimativen Navigationstest noch. Ja, mein Lieblingsthema, Haptik-Optik. Und ich habe gesagt eingangs, man will ihn natürlich mit dem ID.3 vergleichen. Das heißt, was haben wir für Materialien? Hier, schön weiches Kunstleder. Man sieht aber natürlich jeden scheiß Fleck da drauf. Und dann sieht man hier, das hier, das sieht aus wie ein Jeansstoff, aber... Auch hier, es sieht aus wie so eine genähte Falte hier, aber... Alles Hartplastik tatsächlich. Also ich finde es tatsächlich interessant gelöst, weil es sieht nicht langweilig aus. Es zieht natürlich den Dreck an und auch Kratzer, zeige ich euch gleich hinten im Kofferraum nochmal. Aber ich finde die Lösung an sich, Plastik einfach nicht mehr so dumm strukturiert aussehen zu lassen, wie man es kennt, äußerst gut gelöst. Also optisch top, aber es ist halt günstig, weil das Auto dementsprechend nicht so teuer werden soll. Hier oben auch, nichts hinterschäumt. Das ist knallhart, also von daher... Man sieht halt Dreck drauf, aber ich finde es optisch sehr gut gelöst. Gucken wir uns mal eben das Thema Kratzer an. So, auch im Innenraum des Kofferraums haben wir hier genau das gleiche Material, was ich eben schon gesagt habe. Aber wir sehen jetzt hier schon an dem hinteren Bereich der Rathausverschalung, es ist genau dieses gleiche Plastik, aber deutliche Kratzer drin ist also doch recht empfindlich und damit kein Vorteil gegenüber dem ID.3i, ihr kennt mein Auto, ja, was ich hatte. Da habe ich auch deutliche Kratzer in diesem Kunststoff drin gehabt. Ja, sieht gut aus, aber im Kofferraum sage ich dann auch, Leute, macht da irgendwie ein Fließ oder so drauf, irgendein Filz oder so, keine Ahnung was, damit ihr diesen unschönen Kratzer da nicht habt. Auch hier im hinteren Bereich, wo dann der Gurt immer mal wieder gegenhaut, hat das Plastik schon echt gelitten und der Wagen hat 3.700 Kilometer auf dem Tacho. Ja, es ist sehr, sehr empfindlich, muss man sagen, obwohl es halt, wie gesagt, ich finde es eine super tolle Lösung optisch, aber es ist einfach sehr kratzempfindlich. Ja, kommen wir zum Innenraum. Hier tatsächlich schön hinterschäumtes Material, fühlt sich wirklich gut an. Hier oben haben wir dann wieder, aber das Knistern, gar nicht so schlimm. Fehlende Armmittellehne, also ja, Armlehne, ja, aber kein Fach. Das heißt, hier kann ich nichts öffnen und so weiter, ansonsten. Hier knarzt nicht viel, muss man ganz ehrlich sagen, ja, Display, okay, aber sonst, da knarzt ein Mercedes mehr, würde ich sagen. Nein, ich soll nicht lästern. Hier in der Mitte, Klavierlack. Es ist wesentlich in der Mittelkonsole, ja, also da, wo ihr ständig die Hände habt. Es ist in einem Bereich, in dem ihr nicht ständig mit den Fingern rumpatscht, das heißt, es sollte auch länger sauber bleiben. Ansonsten Sichtbereich A, Hartplastik. Sichtbereich B, den man nur durch ein bisschen gucken sieht, Hartplastik. Sichtbereich C, den ihr eigentlich kaum seht, hier unten, Hartplastik, Hartplastik. Kann ich gar keine Unterschiede machen. Das heißt, dieses Hartplastik, was ich euch jetzt schon mehrfach gezeigt habe, ist in den Sichtbereichen A, B und C komplett vorhanden. Das heißt, ihr braucht danach gar nichts zu suchen, ihr werdet es so finden. So, kommen wir jetzt aber mal zur Rutenführung. Und das möchte ich immer noch mal einmal machen in meinem Q-Check, um dementsprechend zu zeigen, okay, wie gut ist das System, wie gut ist die Sprachsteuerung oder wie gut ist die intuitive oder nicht intuitive Routenplanung mit einem BYD und der, ja, und Abbruch. Das habe ich leider nicht verstanden. Aber er hört schon auf seinen Namen, ne, merkt ihr schon. Also, ich möchte einfach wissen, plant er zum Beispiel die Routen mit Ladestopps automatisch, wenn ich das erstmal in so ein Auto einsteige oder muss ich da erstmal hier irgendwie mich im System einlesen und so weiter. Die Navigationsfunktion. Boah, aber man kann sie ruhig stellen, das ist schon mal gut. Gut, so, also, ich werde jetzt die Adresse eingeben per Sprachbedienung und dann gucken wir mal, ob das System diese Adresse sofort findet. Dazu nehme ich auch mal hier die zweite Kamera, damit ihr das direkt sehen könnt. So, navigiere zu am Brunnfeld 6 in Schwandorf. Hier ist am Brunnfeld 6, 9242, klar. So. Aber da gut, du nieder sagst. Ich zu viel mit der Navigation. Danke. Bitte fahren Sie zur markierten Route. So, und hier an der Seite seht ihr jetzt die Route, die ich drinne habe. Ich sehe jetzt nicht, ob ich einen Ladestopp machen muss. Ich kann jetzt hier elektrische Reichweite berechnen lassen. Hier seht ihr, dass ich nicht bis zum Ziel komme. Aber ich sehe jetzt auch nicht, ob ich... Also, für mich hat der jetzt keinen Ladestopp drin. Korrigiert mich, wenn ich es jetzt falsch sehe. Aber er hat keinen Ladestopp drin. Ich starte mit SOC von 53%. Reichweite von 201 Kilometer. Ich habe 652 Kilometer zu fahren und er sagt mir nicht, dass ich irgendwo laden soll. Also, diesen Test würde ich sagen, hat das Fahrzeug nicht bestanden. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach losfahren und... Und guckt mal hier. Das ist sogar angehakt. Automatisch Ladestation hinzufügen. Automatisch hinzufügen von Ladestationen, wenn das Ziel nicht erreichbar ist. Aber wenn ich jetzt hier das angucke, ich sehe jetzt hier nicht, dass er irgendwo... Also, es ist übrigens schnell, das System. Das seht ihr. Das ist wirklich top. Ladestopp, aber... Laden? Nö. Hätte er jetzt auch erwartet, dass er jetzt hier an der Seitenleiste, dass er mir hier irgendwo einen Ladestopp eingibt. Macht er nicht. Also, von daher... Nicht ideal. Kleines Fazit an der Stelle dann. Haptik im Innenraum. Plastik, Laster, aber schön gelöst. Navigation. Ja, er versteht mich. Er weiß, wo ich hin möchte. Aber er, obwohl es eingestellt ist, plant mir das Fahrzeug gerade keine Ladestopps ein. Suboptimal. Kommen wir zum Fazit meines Koo-Checks. So, kleines Fazit zum Koo-Checks. Wo reiht sich der BYD Dolphin denn jetzt ein? Und ich muss nur sagen, es ist ein sehr gutes Ergebnis. Tatsächlich. Ich habe mich jetzt entschlossen, übrigens oben bei der Türtasche an der B-Säule doch eine FK2 zu geben. Weil als Fahrer gucke ich jedes Mal da drauf. Fange an, darauf rumzudrücken und so weiter. Und das finde ich schon beanstandungswert. Aber blenden wir euch mal eben jetzt gerade die Tabelle ein. Wir haben neunmal die FK3 und einmal dann die FK2 vergeben. Sind also in Summe 14 Punkte. Und da seht ihr, dass er auf einem sehr guten dritten Platz ist tatsächlich. Also es gibt an diesem Fahrzeug gar nicht viel zu beanstanden. Keine Lackpickel und so weiter. Der Lack ist wirklich tippitoppi. Auch Einpassung vom Glasdach zum Beispiel und alles. Also ich muss wirklich sagen, da macht BYD mit dem Fahrzeug einen sehr guten Job. Wie der jetzt selber fährt und so weiter. Das könnt ihr euch gerne bei anderen Kollegen angucken. Ich habe jetzt wirklich nur statisch auf die Themen geguckt, die mir aufgefallen sind. Habe dann, wie gesagt, euch noch ein bisschen erzählt, wie das Material ist. Übrigens Sitze. Ich habe natürlich wieder die Sitze nicht erwähnt, aber so sei gesagt, sie sind mir zu weich. Zu wenig Seitenhalt, aber sie sind optisch und qualitätstechnisch gut. Keine Faltenbildung und so weiter. Das sieht alles tipptopp aus. Und er hat sogar auf dem Beifahrersitz Isofix. Also findet man heutzutage auch nicht bei jedem Fahrzeug. Soll es an der Stelle gewesen sein. Ein neuer Wagen in meiner Q-Checkliste. Das möchte ich jetzt wieder regelmäßiger machen. Und wenn ihr Fahrzeuge habt, die in der ganzen Liste noch nicht aufgeführt sind. Und da ich das jetzt seit zwei Jahren nicht mehr gemacht habe, sind es jene Menge. Kommt vorbei, kommt nach Bremen, guckt euch das Auto an. Und ich gucke mir das Auto an. Und ihr wisst dann, wie es um die Qualität eures Fahrzeuges bestellt ist. Wichtig unter 10.000 Kilometer, damit da nicht zu viel am Lack ist und so weiter. Aber alles andere können wir besprechen. E-Mail-Adresse schwungvoll.icloud.com Gerne dann mir direkt schreiben. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao.